Eingespielt, am Ende. Und da ist es Tor frei. Jetzt nur noch raufkriegen müssen. Oh wow. Ach, ich hab's doch viert, deswegen ist es meins. Ich hab' mir auch scheiße gespielt, leider. Ja, ich hätt'n aber trotzdem noch haben können. Der ist direkt vor mich gefahren. Ich hab' noch einen, der ist schon nach links gemacht, anstatt nur vorwärts. Und dann... Erwischt's halt nicht mehr. Ich hab' mir die Linie. Dann crash' ich mich halt weg. Na, ist noch zwei und nicht nur einer. Tor. Uh, Ben. Uh, Ben. Ah, ja. Muss ein bisschen reinboosten. Ich mach' einfach mal den Ex-Shit aus. Ex-Shit. Klingt aber so. Dann muss man so, ich bin nicht happy, wenn die Leute das machen. Nicht mehr. Wo bist du? Da eins frei. Dankeschön. Hätt's nicht getroffen wär' ich sogar noch da gewesen. Stand am... Nice. Am Rand vom... Strafraum. Stimmt, wa? Na, dann ist das da. Ich... Nehm' ich. Dankeschön. Sehr schön vorladet. Sehr schön. Schön verwandelt dazu. Wieso wollte ich einfach nicht zu weit machen? Deshalb ganz vorsichtig. Ja. Ist doch gut. Aber leicht von der Wand abgelöst. Ja, ja. Damit der Gegner nicht einfach wegfährt. Schon klar. Hier sind auch die ekelhaften Welle, die so ganz leicht von der Wand wegkommen. Die kannst du meistens ganz schlecht einschätzen. Och, komm. Er bumpt mich halt echt. Wie oft will er mich hier noch bumpen? Dann bump ich seinen Kollegen halt ins der Wanne. Ich geh ran. Im Tor. Ich bin rangegangen weil mich der Gegner dahin gebumpet hat Ben. Ich bin rangegangen weil mich der Gegner dahin gebumpet hat Ben. Nice. In Mittellinie. Hm, ich hab den nicht ganz so erwischt wie ich den gerne... hätte erwischen wollen. Bin hinten. Hm. Sehr schön. Oh, ich bin tot. Ähm, das ist schlecht. Jetzt nicht mehr. Nämlich. Na, zumindest war es geplant den zu nehmen, aber... Pff. Dann fehlt mir der Buss. Oh, den krieg ich nicht. Dankeschön. Den hast du noch... Oh, den Blut noch erwischt. Oh, schade. Schade. Schade Parade. Schade Parade. Zieb. Sieh. Sieh! Jetzt haben sie aber hier Motivation die Jungs. Meine Güte. Neh mich. Oh, lol. Ich habe hier keinen Boost mehr. Ich habe den ganzen großen Boost genommen, die Schweine und Priester. Ich bin im Tor. Ah, da geht er, komm. Jo. Tor. Jeder weg! Es ist schwer, wenn ich mich ans... Spring doch mal! Hallo! Hehehehe. Güls. Die haben den nur ganz sanft gespielt. Oh Gott, den kriege ich nicht. Nicht sinnvoll. Ich glaube in you, Ben. Ich lasse ihn einfach freifallen, ne? Wow. Vincent. Ich bin mit vorne, Ben. Hm, leider habe ich den nicht mehr richtig erwischen können, weil ich nicht genug Boost hat zum Neupositionieren. Um mir den richtig Schwung zu geben. Aber wir haben gewonnen. Ups. Rockerleak, wie wäre es mit einem Rank-Veränderung? Mir ist sogar egal, in welche Richtung, aber mit einer Rank-Veränderung. Und wenn ich verliere, wäre da unten auch okay. Du bist ein Ding. Weil in meiner letzten Pen-and-Paper-Runde, ähm, haben wir alle Magier gespielt, weil wir alle Magier spielen wollten. Also da haben wir eine komplette Gruppe aus Magier gemacht. Oh wow. Sorry. Oh fuck, den kriegt der besser als ich. Nee. Den hätte ich vom Boden ausgenommen. Ja, der wäre vielleicht schlau gewesen. Ich wollte ihn sicherlich auf den Boden quetschen, damit er ein bisschen mehr fliegt. Ich wollte ihn sozusagen auf den Boden draufhauen und so einen Aufsetzer machen. Aber das hat nicht so funktioniert. Keiner da. Jetzt kommt einer. Schön gespielt. Danke. Hattest du die Übersicht oder habe ich dir diesmal vielleicht doch geholfen? Das hat mir geholfen. Das hat mir geholfen, muss ich sagen. Ich denke, er trifft ihn. Sorry. Ich denke, er trifft ihn und ich muss ihn oben abwehren. Ich dachte, irgendwer trifft ihn. Ja, ich dachte, er trifft ihn. Hat er aber nicht. Sorry. Einfach mein Fehler. Ach komm. Ach. sehr schön ich will noch was ich will noch wie ungewollt ich wollte noch dort an ihm vorbeispielen aber das habe ich nicht gekriegt aber er hat ihn dann zumindest nicht richtig klären können und er passt schon ich will noch nicht mehr ich will noch nicht mehr und war wenn ich mit tor aber machst du hier ich habe nicht davon ausgehen dass du halt rausfährst weil du sozusagen da ungünstig stanzen habe ich den ball gespielt dann konnte ich ihn ganz gut weiterspielen einfach nicht mitgerechnet dass du da versuchst ihn zu nehmen ich komme ich habe nicht und habe ich voll das hat irgendwie funktioniert zwei völlige kruppelbälle aber es hat irgendwie trotzdem funktioniert der dritte war dann ziemlich gut wieder komm raus und wie hab ich den erwischt dass er so fällt ich dachte er kommt nicht mehr ran danke bei mir habe ich den ball voll getroffen sorry dass ich so scheiße bin gerade ich dachte er kommt auf den Boden und er spielt in der spieler den ich immer hoch habe Das war's für heute. Das war's für heute. Wow. Er lässt ihn echt gegen sich spielen. Na gut. Komm. Ich treffe halt den Ball und der Ball rollt einfach von ihm nach vorne. Das verstehe ich halt nicht. Wenn ich den Ball halt treffe... Jetzt hab ich ne rote Torte bekommen. Mhm. Alter. Die sollen das endlich mal deaktivieren, dass das geht. Das ist halt retarded. Zwei liegen auseinander. Da. Mit dem Tor. Schön. Ja. 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 Du spielst das nur mit mir, weil du einfach Gegner kriegst. Gib's doch zu. Mhm. Mhm. Ja. 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 Oh, hey, na, hab ich, hab ich Ja, war zu schnell, ich weiß Oh Gott Ups Was soll das denn hier enden? Kommt Oh, ja, kommt schön Aber leider nicht ganz Jetzt aber Ey, der hätte reingehen können, dort schon Geht halt gegen die blöde Latte wieder raus Oh, fuck Zu hoch Sorry Da stand ich im Weg Komm Danke für die Abwehrarbeit Ich bin über ihm Wie kann er den Ball an mir vorbeispielen, wenn ich über ihm bin und den scheiß Ball treffe bei mir Das ist halt retarded, die Physik Wenn einer über mir ist, kann ich die beiden nie und nimmer an ihm vorbeispielen Hm, na schön Vorher bin ich nicht Einen hab ich Da bin ich umgeflogen Nimm mich MAAA Nimm mich Oder auch nicht Ja, fuck Danke Zu viel Kaminos wird es mir gefahren worden Ich hab leider null Boost Achso, sorry Ich dachte du kannst dann schon wieder den nehmen War mein Plan, weil der alles im Boost hat er geschafft Au Ok Oh, schade, das wär'n schönes Spiel gewesen Allerdings Lass den nicht Oh 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 Du hast gerettet, alles gut Bin vorne Neuuu Neuuu Oh, den krieg ich nicht Da muss ich nämlich grad in die falsche Richtung fahren Für Die haben grad ein bisschen Panik, oder? Alter Vater Haha Haha Du stehst genau in richtiger Fahrt Richtung Ja Oh 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 Vielen Dank.